Drei Gründe, wann du ein Stativ verwenden solltest. Erstens, wenn du mit einem Teleobjektiv filmst, dann kann ein Stativ sehr hilfreich sein, weil die Aufnahmen dann noch weniger verwackelt sind, wie mit einem Gimbal oder Handheld und somit kannst du auf weite Entfernung ruhige Aufnahmen machen. Zweitens, aufstellen, einstellen und fertig. Wenn das Stativ einmal aufgestellt und richtig eingestellt ist, dann brauchst du dich nicht mehr darum kümmern. Das heißt, du kannst dich ja eventuell selber aufnehmen, so wie ich das jetzt gerade mache und brauchst keinen zweiten Kameramann. Drittens, in Interviewsituationen. Bei Interviews verwendet ein Stativ, die Aufnahmen werden dadurch statisch oder mit kleinen Schwenks drinnen und somit kann man sich mehr auf das Gesprochen und auf den Text konzentrieren.